Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Let's Supplier Monkey Island. Immer noch krank. Ist ja auch der selbe Tag, an dem ich aufnehme. Müssen wir jetzt erstmal schauen. Wir werden wahrscheinlich nichts zustande kriegen, die ich kenne. Ich hab kurz den Toteneiser gedreht. Obwohl ich eigentlich weniger höre. So, was können wir denn benutzen? Das hat ja nicht mehr funktiviert. Ja, das hat nicht mehr funktiviert. Ja, wie ich sagte, Juicis Maximus hat zurückgekehrt. Versuchen wir es einfach mal normal. Bitt away! Spitt! Spitt! Come on! Lass ihn rippen! Du kannst es machen, Mann! Wartet, wartet. Alter! Ich verschwezuge mir sein, Mann! In der Raum bei der Drehung! Lass ihn nicht! Okay. Das funktioniert auch definitiv nicht. 2, 4, 6, 8! Komm schon, lass uns expectorieren! Ist jetzt da vielleicht mal jemand drin? Oh, da habe ich mir spontan Lust drauf. Nix. Okay, da ist auch nichts weiter drin. Ja, wir haben auch nichts weiter. Vielleicht gehen wir doch nochmal zum Haus der Gouverneuren. Vielleicht kann das ja helfen. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht finden wir da was Schönes, was uns weiterhilft. Ich bin zwar nicht dran, aber hey... Kann ja sein. Gehen wir einfach mal nach oben? Und wieder. Diese Kostüme... Hm, wir können jetzt... Das ist wahr. Oh, da gibt es einige Mädels hier. Sie ist weg. Ich glaube, ich habe sie wirklich verrückt. Central-Caribbean-School-For-Gouverneuren. Crew 67. Vielleicht wird sie das alte Ding missen. Komplett. Ich hätte besser nicht Elaines Schieße aufgelassen. Schade. Ein Spiegel. Hey, das ist Kyle Katarn. Nothing back here. I'm pretty comfortable with what I have on. Man, she has shoulder pads and everything. I'm warm enough in the one I have on. I'm warm enough in the one I have on. Schade. Eine Wüste. You know, I heard some guys talking about Marley's bust. This must be it. I don't want to break anything. Elaine would kill me. Okay, das Wort mit R. Das ist ein bisschen bitter der Joke. I don't want to break anything. Elaine would kill me. I don't want to break anything. Elaine would kill me. You know, I heard some guys talking about Marley's bust. This must be it. It's just a porcelain replica of the chest. I hate that knick-knacky junk. It's impolite to stare at a woman's chest. The last time I stole something from Governor Marley, I almost ended up as fish food. I can see Governor Marley's front yard. Now, what do we do about it? Well, why don't you just ask? No, you can't ask me. Ha, bark as loud as you want. Hilbert's outreaking the back 40. Wieso hat er uns denn jetzt schon wieder angebellt? Wahrscheinlich, weil wir den, ähm... Wald? Ach so. Wahrscheinlich, weil wir das Paddel mitgenommen haben. Naja, wenigstens das dürfen wir. So, jetzt kommen wir doch hier garantiert hoch, oder? Jetzt können wir doch das Paddel hier mit... So, zack, zack. Wer hat sich verletzt? Oh nein, Guybrush, was ist passiert? Ja, der wird schon so gut. 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 Ja, wir sind. Ja, wir sind. So, was ihr zwei wollen? Wir haben ein paar Informationen für euch, son. Wir haben ein paar Informationen für euch, son. Wir haben ein paar Informationen für euch, son. Great! Was ist das? Na, wir werden es dir in der Form von einem Song geben. Oh, okay. Okay. What the? Skelette Groove. Ich habe kein Brussgesicht. Fuck. declined, oder? Die uns nicht verdient. Es gibt mir andere, wasción Sie. Na, da eingüht sich ab. Die uns nicht vollkommen. Es gibt zwei. Armboats, armboats connected to the headboats This skillet isn't really crazy. Wow, you're good. Headboats connected to the ribboats Ribboats connected to the legboats Legboats connected to the armboats Legboats connected to the hipboats I gotta write this down The armboats connected to the headboats The headboats connected to the ribboats Ribboats connected to the hipboats Aber der Groove geht richtig im Knurren über Connected to the hipboats Yikes! Uh, what the? What is it? What's wrong? Why did you leave me again? Uh... Boo! Chuck But I killed you! You didn't kill me, you little moron I was already a ghost when you met me You just destroyed my spiritual essence A favor, that I will now return Wow! What a dream! Okay, a crazy dream So, now we have here a broken ladder Okay, I guess it was an antique Okay, we have now a broken ladder Anything to glue? Maybe? It looks like... Where are you? The head and the head That maybe helps? That seems to work Schade With the burned ladder Of course, we can't go up No, bad That's all Peace out! Alright, good luck! Play. Ciao. Moment, Moment. Jetzt aber. Ciao.